Guten Abend. Beim Wetter in den nächsten Tagen wird es zwar strahlend sonnig, aber auch zapfig. Vor allem in den Nächten wird es bitterkalt. Nicht nur beim Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel, sondern auch in Flachau, in Salzburg, wird es morgen den ganzen Tag sonnig. Eigentlich wird es überall sonnig. Aber wir vergessen jetzt nicht die Lawinengefahr, denn in der Westhälfte des Landes gilt Warnstufe 3. Also bitte bleiben Sie auf den gesicherten Pisten. Morgen am Freitag gibt es noch ein bisschen stellenweise Nebel. Aber tagsüber scheint dann von früh bis spät die Sonne. Es bleibt aber morgen noch einmal kalt. Die Temperaturen liegen bei minus 6 bis 0 Grad. Und auch am Wochenende wird es die meiste Zeit sonnig. Aber es wird dann schon eine Spur milder von Samstag aus Fondag geht es dann mit den Temperaturen bergauf. Wir sehen uns morgen wieder. Schönen Abend. Schönen Abend. Schönen Abend. Schönen Abend. Schönen Abend. Schönen Abend.